Das war die Zentrale, da musste ich unter dich kommen. Grüezi miteinander, wisst ihr wer ich bin? Ich habe so gefreut, dass ich euch wieder einmal sehe. Jetzt sind wir alle etwas älter geworden. Jetzt haben wir einen anderen Krawall, oder? Bei der Hauptwache treffen sie einen Mann, der damals aus ihrer Arbeit die ganz grossen Schlagzeilen formte. Manchmal freundliche, oft auch ärgerliche. Seppi Ritter, der Mann vom Blick. Könnt ihr euch erinnern? Wir waren innen am Tor. Ja, 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 ja. Und hier haben wir euch vorbereitet für Angriffe, also Angriffe. Wir haben ja keinen Angriff gemacht, sondern wir haben ihn abgespritzt. Nein, defensiv. Defensiv. Und hier ist, ich glaube der ganze Anlass war dann auch der Start gewesen in der Geburt des Wasserwerfs eigentlich. Ja, ja, wir mussten aufrüsten, also Zürich hatte das schon. Aha. Also in Nuzern natürlich, ja. Ja, ja. Weil Zern war immer später und abgeschwächter. Aber wir hatten auch alles. Wir hatten nachher auch Drogen und Hausbesetzungen und alles. Ja, ja, ja. Aber Zürich hat natürlich Musik gespielt. Ja, ja, so ist es. Darf ich euch bitten, euch hier zu postieren? Ja, 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 ja. Die Eltern unten, die unten unten. Ja, die Kleinen unten. Die Kleinen unten. Die Kleinen unten. Sie müssen da her. Ja, Sie. Ja, da her, ja. Ich zähle auf drei. Eins, zwei, drei. Und dann brüllen alle Banana. Eins, zwei, drei, Banana. Schaut, ob es gut ist. Sehr gut. Frau Steinlo hat an die Lüte. Ihrem betrunkenen Mann hat sie beschumpfen und gestossen. Sie hat jetzt Angst, zurück ins Haus zu gehen und wünsche Polizei ihre Hilfe. Könnt ihr mal verhoffen? Geht es jetzt, Herr Steinlo? Ja. Guten Tag. Sind Sie verletzt? Nein. Wo ist Ihre Mann im Moment? Er ist in der Wohnung auf dem Sofa. Ja. Polizeiaspiranten aus elf Kantonen üben das taktische Verhalten bei häuslicher Gewalt. Herr Steinlo, Polizei! Herr Steinlo. Polizei, nimm es sich! Nimm es sich! stéréstunden! Mittendrin, wie in seinen besten Zeiten als BRICS-Journalist Seppi Rittler. Schreiben! Fertig! Fertig! Zusammen mit der ehemaligen Luzerner Politikerin Judith Stamm ist er für die Internetplattform SeniorWeb auf Reportage und berichtet über die Polizeiausbildung von heute. Die Zürcherin Judith Stamm kommt 1960, nach Abschluss ihres Jus-Studiums zur Kantonspolizei Luzern. Dort befasst sie sich vor allem mit Kindern.